Hi Ladies, Cardi hat mich gebeten für Sie ein Outfit im 70er-Jahres-Deal zu kreieren. Und wie ihr seht, habe ich dir diesen Gefallen getan, doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugeleuchten Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Cardi hat sich letztens von Nolita ein Kleid im 70er-Jahre-Look gekauft und hat mich gebeten dazu ein paar Accessoires zu empfehlen, die das ganze Kleid im 70er-Look komplett rund machen. Und dies tue ich auch gleich, aber zuvor möchte ich nochmal ganz kurz aufs Kleid von Nolita eingehen, was wirklich typisch 70er-Jahre ist und ihr, die, sag ich mal, nicht ganz der Zeit aufgewachsen sind, ja wirklich euch ein Kleid heraussuchen könnt, was zu 100 pro 70er-Jahre-Look ist. Und achtet dabei einfach auf den Schnitt, also sprich ein florales, buntes Muster wie diese hier, knielang, dreiviertel Arme und dass die Arme und der Rock schön ausgestellt ist. Dazu vielleicht noch ein kleiner, tiefer Ausschnitt wie dieser hier, so dieser typische V-Ausschnitt und dann habt ihr alles richtig gemacht und habt so ein typisch 70er-Jahre-Kleid wie dieses hier. Und welche Accessoires perfekt dazu passen, das verrate ich euch jetzt. Denn da könnt ihr auch eigentlich nicht so viel verkehrt machen, wenn ihr euch jetzt so ein paar Punkte haltet. Denn zu diesem Kleid würde ich euch hier eine Sandalette wie diese hier empfehlen, aus braunem Leder. Es ist ein Misch zwischen Westernstiefel und normaler Sandale und da kommt dann sowas raus und passend zum Kleid und unterstreicht quasi wirklich beim Fuß nochmal die 70er-Jahre-Look. Und da wir da jetzt auch gleich weitermachen, empfehle ich hier euch eine Umhängetasche im Materialmix, auch dieses feste Leder, aber verspielt. Ihr seht es ja, zwei verschiedene Lederarten und ja, kreiert sich perfekt in das Kleid hinein und macht jetzt eigentlich schon jetzt an diesem Punkt ein komplett rundes Bild. Aber was ihr nicht vergessen dürft, die E-Pünktchen. Und 70er-Jahre war ja typisch dieses Peace and Love, also könnt ihr mit dem Schmuck auch sehr verspielt umgehen. Und auf der einen Seite wollte ich euch gerade etwas sehr, ja, Pompöses, Verspieltes empfehlen, auf der anderen Seite eher was Elegantes, damit es auch ein bisschen alltagstauglich ist. Und habe mich dann im Endeffekt für diese wunderschöne, ja, Schmuckset hier empfohlen, wo Kette und Ohrringe dabei sind und typisch Love, Herz und das Herz selber ist in Silbern gehalten, die Kette auch und schön verziert mit Ornamenten und schmiegt sich dadurch auch wieder perfekt in dieses Outfit ein. und man kann sich dann mit diesem Komplettbild perfekt sehen lassen. Und ich verspreche euch, egal wo ihr damit hingeht, es ist alltagstauglich, es sieht wunderschön aus, man kann es zu verschiedenen Anlässen anziehen und typisch 70er-Jahre. Und dann werdet ihr nicht nur euch wohlfühlen, sondern ich verspreche euch, das wird euer nächstes Lieblingsoutfit werden. Und wenn ihr, wie Kati, auf euch zugeschnitten so ein wunderschönes Outfit haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, wie ihr aussieht, zu welcher Veranstaltung ihr geht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?